Hey Leute, ich will jetzt gleich auf YouTube live streamen. Ich habe jetzt hier meine eigene Borussia Dortmund Mannschaft, äh, ein bisschen rumgefuchtet mit meiner Borussia Dortmund Mannschaft. Und zwar habe ich ein paar Spieler selber erstellt. Und zwar, ich habe richtig ihn leider nicht gebraucht. Und zwar habe ich einen Spieler erstellt, der heißt Dutschi Porsche. Das ist Harald Mayer. Und zwar habe ich, ich habe noch diesen Torwart genommen und dir bekommen. Dann habe ich noch den hier nach Borussia Dortmund geschoben, weil er auch nach Borussia Dortmund emetzelt ist. Den habe ich nach Borussia Dortmund verschoben. Dann habe ich noch den Torwart sammelt und den hier. Dann habe ich eben noch den nach Borussia Dortmund geschoben. und den habe ich auch noch gepostet ab und verschoben, also von dessen. Und jetzt habe ich auch noch gepostet ab und verschoben. Auch noch einen selbst erstellten Spieler. Und noch mal einen selbst erstellten Spieler. Noch mal selbst erstellten Spieler. Auch der selbst erstellt. Der selbst erstellte Spieler hat irgendwie so viele reingeschlägen. Normalerweise haben die Spieler, diese Spieler sind hier oben, dieser Spieler, den ich selber erstellt habe. Ihr seht, diese Borussia Dortmund-Spieler haben hier ein Bild. Und diese selbst erstellten Spieler haben eigentlich kein Bild. Aber der hat irgendwie ein Bild bekommen, irgendwie einen Fehler. Weil der hat auch kein Bild. Der ist selbst erstellte Spieler. Der hier hat auch kein Bild. Dann habe ich noch den Erlen Haaland wieder nach Borussia Dortmund verschoben. Und das ist das mit den Ausstellern. Naja, wir sehen uns gleich in meinem Livestream. Und das hat dann mal angerufen marcaodi das Motivam. Denen trap 1. furcht. M formed shower und legeln. Das hat Teil deser votre aufgrund. Und das ist das mit dem, dem die ich geschick.